Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'exercice. Willkommen in dieser Übungsvideo. Prends ton Cahier et un Stylo. Nimm dein Heft und einen Stift. Quel chiffre tu entends? Welche Zahlen hörst du? Hör gut zu und schreibe die Zahlen auf, die du hörst. Ich werde die vier Zahlen hintereinander sagen und dann die Viererreihe noch einmal wiederholen. Konzentriere dich. Tu es prä? Bist du bereit? Ok. 29 31 42 58 Je répète. 29 31 42 58 Hasst du alle Zahlen? Jetzt kommt die Lösung. 29 31 31 42 58 Setze ein Häkchen hinter die Zahlen, die du richtig hattest und berichtige die Zahlen, die du falsch hattest. Bien. Deuxième. Saitter ailleurs. 63 25 54 35 35 Je répète. 63 25 54 35 Jetzt kommt die Lösung. Das ist ein Häkchen hinter die Zahlen, die du falsch hattest. Bessere. Bien. Troisième. Trittereien. 47 62 51 39 Je répète. 47 62 51 39 Il y a de stylusons. 47 62 51 39 Fabrice de rebadier. Et le dernier. Letzte runde. Je répète. Je répète. 53 On y est de stylusons. 36 67 40 53 3 1 1 3 1 3 Und hattest du alles richtig? Wenn nicht, schau dir genau die Zahlen an, die du falsch hattest. Das sind die Zahlen, die du besonders, also mit viel Aufmerksamkeit lernen solltest. Wiederhole diese Zahlen und präge sie dir gut ein. So wirst du dich verbessern. Bravo! Et au revoir! 3 2 3 4